Fantastisch! So... Der geht ja in der Mitte dann so halbwegs gerade hoch, ne? So... Was haben wir denn hier drüben schon mal? Gucken wir mal! Hier uns mal ein bisschen oben hier ist, äh... Das soll anscheinend nichts sein. Die Leute die ganze Zeit mit Essen auf den Sack gehen, weil er versucht hier weiter mit einer Spitzhacke... Das geht nicht! Aha... So... dass er eigentlich da rund ist. Ist mir doch egal, was er weghaben will. Wie ich das jetzt in der Mitte rund kriege, ohne dass das kacke aussieht. So, hier so eine Stufe. Hätte man wieder größer anfangen müssen, eigentlich. Dort. Ja, aber ich verstehe nur noch nicht ganz, was hier gebaut ist. Ich mache mal kurz mein COC auf und versuche, dieses Gebäude zu finden. Mach das. Ich könnte mich nicht erinnern, dass irgendein Gebäude eine Spitze hat. Keine Ahnung. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das jetzt, wie gesagt, dass das im Creative Mode passiert. Aber wir wollen am Anfang halt erstmal einfach ein bisschen bauen. Ja. Und nicht lange rumdümpeln. Wir müssen uns das jetzt mal so angucken. Gar nicht mal so verkehrt eigentlich. Okay, man hat mehr Kanten bei den anderen, aber theoretisch kann man das vielleicht so erkennen. Das ist natürlich jetzt oben nicht rund. Aber das funktioniert halt. Das wird so, wenn ich die Ecken wegmache noch. Das ist halt ein bisschen... Warte. Ja, du darfst dich nicht ducken, dann ist dein Name weg. Ach so, ja, ist okay. F10, ne? Ja. Ja, jetzt kommen die natürlich alle da drauf. Aber ist ja okay. Ja, du hast den Typen unsichtbar gemacht. Sauber. Mal im Schluck trinken. Und dann... Wollen wir mal gucken, was jetzt hier noch so weiter passiert. Unser Magiertum ist auf jeden Fall... Ja, wie findest du den denn? Der ist okay, oder? Äh, was soll denn das für ein Magiertum werden? Wo? Ja, bei ihm hier. Das ist ein Magiertum. Okay, dann hab ich... Entweder ich was falsch gemacht, oder er. Ne, du. Dein ist richtig. Ein Magiertum ist kreisrund. Nicht pyramidig. Wer will essen? Naja, du musst warten. Ähm... Ja, hier sehen wir auf jeden Fall jetzt schon so einige Projekte, die starten. Das find ich super. Das ist auf jeden Fall ganz cool, dass die Leute wirklich scheinbar mitmachen, ohne sich großartig zu griefen oder sonst irgendwas. Ähm... Das find ich ganz cool. Kann ich rote Wolle haben, bitte? Ja, genau. Fred rollpert hier noch im Hintergrund rum. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr von meinem, äh, Magiertum haltet. Wenn ihr ihn lobt, dann geh ich auch nächstes Jahr in den Dschungel. Ähm... Aber ansonsten ist es ganz okay eigentlich. Ich weiß nicht. Vielleicht noch einen Ticken höher machen oder so. Er schmeißt hier irgendwas runter. Aber... Ne, rund. Ich krieg das jetzt auch nicht rund irgendwie hin, ne? Naja. Ich würd sagen, wir lassen den so. Dann haben wir schon zwei Magiertum und einen Bogentum. Leider kann man natürlich da keine Figuren... Oder warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe da eine Idee. Was natürlich... Ich bin immer noch gespannt, wie er aus diesem... Aus dieser Pyramide, äh, äh, einen Magiertum bauen will, aber... So. Wir machen jetzt mal folgendes. Ich schmeiß jetzt mal... Meine graue Wolle weg. Die kann irgendwer haben, wenn er will. Und machen mal... Ein Magier! Guck mal, ich hab einen Magier gespawnt. Oder kann ich auch eine Hexe spawnen? Natürlich, du kannst alle spawnen. Ne, mich denn. Ich baue mir jetzt auch mal. Bitte? Ah, dann habe ich zu wenig Fläche. Ach, die laufen weg, die Wichser. Okay, warte. Okay, Freddy sagt gerade, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ein Glasding drumherum bauen. Äh, das kann ich jetzt natürlich nicht wegschmeißen. Schmeiß ich Essen weg, ist okay. Ähm, und fangen wir mal an. Zack, zack. Ah, ne, das kann weg. Bauen wir jetzt hier einen Glaskäfig um den... Juhu, ich bin schneller! Ich hab den Trank der Schnelligkeit getrunken. Jawohl. Cheater. Okay, da müssen wir doch was reinsetzen in die Ecken. Zack, zack, zack. Ich hole niemand ein. Und die Sache ist ja... So, Bobby. Das kann natürlich jetzt zerstört werden, aber ich will ja auf jeden Fall jetzt da, wenn ich da jetzt eine Hexe reinsetze, dann müsst ihr ja da drinbleiben, theoretisch, ne? Alter! Äh, was? Ruhig dich! Wenn ich eine Hexe reinsetze, muss ich hier drinbleiben. Hallo, ich bin Michael Schumacher on Speed. Nur kann ich besser Ski fahren. Alter! Dafür kannst du ja wahrscheinlich wieder was anhören. Natürlich. Guck mal da, der Magier-Turm mit der Hexe drin. Sieht aber scheiße aus mit dem Glas. Außerdem bist du ja auch schneller, wenn du Steuerung drückst. Ja, aber mit dem Zaubertrank noch schneller. Okay. Zack, 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 zack. Ich muss ja nur... eine Zweierhöhe haben, dass die nicht da rauskommen, ne? Ja. Sehr gut. Das Wetter ist aus. Hat der Fred gerade ausgemacht. Warte, hab ich jetzt auch mal was vollbracht. Was baut denn der hier? Oh, 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 oh. Wo war das nochmal? Ja, ja, ich bin gerade... Ich suche jetzt gerade ein... ...ein Skeleton. Das ist ja sozusagen, wie ihr vielleicht... ...ein Bogenturm, wie ihr vielleicht wisst. Oh, jetzt hab ich einen Wither-Skelett. Ach nee, das war der andere Viech. Und jetzt müssen wir irgendwie noch verhindern, dass die sterben, wenn's Licht angeht, ne? Ah, die kommen ja da hoch. Wird schwierig. Ja gut, müsste ich Schatten drüber bauen, ne? Aber das... Wieso kommen die da hoch? Wo? Schießen wir uns alle mal runter. Die können über zwei... Ah, da ist noch ein Block. Oh, oh. Ich schieß die mal runter. Jetzt haben wir wirklich einen Bogenschlüssel-Turm. Jetzt sollst du dich alle töten? Ich hab erstmal alle, die oben drauf stehen, getötet. So. Wie gesagt, ihr merkt schon, es ist eigentlich mehr oder weniger einfach ein Projekt, um ein bisschen Spaß zu haben. Was man halt nicht zu ernst nehmen soll. Also wie gesagt, nehmt es jetzt nicht zu ernst, dass wir hier im Game-Mode sind. Und ich hab jetzt nicht, ah, ihr cheatet und die anderen müssen richtig arbeiten. Es ist einfach nur für uns ein bisschen ein Spaßprojekt, dass wir nebenbei ein bisschen bauen können und dann die Projekte der Leute zeigen können. Eigentlich geht's ja auch darum, den Leuten die Möglichkeit geben... Was machst du schon wieder? Da fehlt eine Leiter. Bin im Game-Mode und Marble ist im Game-Mode. Haha. Ähm, jedenfalls... Wollen wir halt einfach gucken, dass alle ein bisschen... Spaß haben und so weiter und so fort. Hier winkt uns einer. Und dass alle Möglichkeiten haben, was zu bauen. Wir können es zeigen. Wie gesagt, nehmt es einfach alles nicht zu ernst. Ähm, was wird das hier wohl? Achso, jetzt weiß ich, was du gemacht hast. Kann ich dir auch nicht vorstellen. Und deswegen werden wir einfach mal schauen jetzt, was wir hier so machen können. Ähm, ich muss mal ganz kurz was schauen. Sekunde. Headshot. Ich will nicht mit dir handeln. Ich will dich erschießen. Man könnte... Ach, ja gut. Jetzt habe ich natürlich die Skelette hier hinten drin. Wie kann ich die denn wohl schützen, dass die nicht kaputt gehen, wenn ich... Reicht das, wenn ich da Schatten drüber baue? Ein Dach oder so? Aber das ist dann wieder kein originaler Turm. Vielleicht... Ach ja, dann bleiben die halt einfach mal da drin. Sieht bestimmt auch lustig aus, wenn die alle brennen hier in den Dingen. Ach nee, das war ein Hexe. Der Fred ist hier irgendwo. Bitte? Der Fred ist hier irgendwo. Ja klar, ist ja hier wieder irgendwo und macht scheiße. Jetzt sabotiert man das Projekt. War alles ein Hexe hingebaut. Ja, das war ein Fehler. Ich sniper sie raus. Ich sniper sie raus. Verschüssens, die braucht zu lange. Komm, wir machen uns nochmal eine Schießbude hier. Ein paar Zielübungen. Den Gulben im Bogen. Kann man zwei auf einmal wohl? Natürlich. Nee. Einer. Ja, und wie gesagt, wir wollen jetzt halt nochmal schauen. Ich weiß nicht, was er jetzt hier macht, genau. Ja, er behauptet, es wird ein Magier-Turm. Es sieht überhaupt nicht so aus wie ein Magier-Turm. Keine Ahnung. Ja, ich lese den Chat, lese ich jetzt natürlich nicht so intensiv. Wenn jemand da irgendwie was fragt, dann müsste er halt nochmal vielleicht ein bisschen geduldig sein. Ja, wie gesagt, hier mein Magier-Turm mit der Hexe drin. Dieses hier. Was war das? Hier ist irgendwo was explodiert. Mein Bogenturm, ich hab das Gefühl, jetzt bin ich wirklich immer der Einzige, der schon was vollbracht hat hier. Ja gut, die anderen müssen noch mal fahren. Boah, was ist mit meinem Wasserfall? Ja, okay, komm, ist Hölle erlaubt, ja. Komm, ja, ist doch auch. Komm, wir machen mal ein paar Geschenke. Oh, hier ist Link. Hi, Link. Hi, Link. Ähm. Wir verschenken mal ein paar Sachen, damit die Leute bauen können hier. Cobblestone. Stone. Die ein paar Leute auch wirklich mal was schaffen und nicht so lange farmen müssen. Okay, was baut er hier? Also alle bauen erstmal irgendwas, was nicht zu erkennt ist. Nee, ist wegen ein Dollarscheine. Ähm. Einer kriegt ein Bücherregal, einer kriegt ein Kürbis. Komm, wir machen mal ein paar Geschenke. Link, Lantern. Vor allem, warum baut er erst, um es dann wieder abzubauen? Tja, das verstehe ich auch nicht. Vielleicht hat er sich jetzt gefragt, was das ist. Oder ist ihm aufgefallen, dass das nichts Gutes ist? Komm, hier, schenken wir mal eine Blümchen. Ähm. Wir machen einfach mal ein paar Geschenke hier. Damit die Leute schnell bauen. Oh, ist doch ein Mondzeug. Das war nicht gut. Wenn er damit baut und das wegmacht, dann kommen diese Viecher da raus. Gucken, ob ihm das auffällt. So, hier gibt es das nächste Gebäude. Ähm. Und zwar. Also hier drüben bei Ohn habe ich keine Ahnung, was es werden soll. Was linkt, weil sie auch noch nicht ist, noch nicht zu erkennen. Hier steht was. Kanone Level 5. About von Zeke Streeper. Okay. Jetzt habe ich ihm vorhin schon gesagt, dass die Scheiße aussieht. Also das ja auch. Die Leute nicht immer so beleidigen. Die muss ja auch ein bisschen, äh. Ja, ey, guck dir das auch mal an. Das ist einfach nur irgendwas hingesetzt. Ja, gut, aber er hat die Zeit ausgenutzt. Das sieht, das sieht ein bisschen aus wie so ein Kitty-Cat. What the fuck? Nichts gegen diesen genialen Wasserfall. Ich höre den Typen da im Hintergrund. What's? Mal gucken, ob sich irgendwann mal einer hier reintraut in die Skelettsfalle. Haben Sie schon mal einen so schönen Wasserfall gesehen? Ah. Wie werfe ich nochmal Sachen hin? Äh, E. E ist Inventar. Äh, ich meine, B. Äh, nee. Das neben B ist Q. Nee, Q, Q. Da war noch so ein verzwickter Wolle. Doch. Rote Wolle. Wer hat denn jetzt nicht nach roter Wolle gefragt? Owen. Ah, okay. Wenn du stehst, geht's auf jeden Fall. Komm, ich ja schieß Link mal. Passt ja. Wie gesagt, hier sind ein paar Sachen, die halt noch nach nichts aussehen. Oh, ist ein bisschen Steine. Auch noch, okay. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt einfach hier ein paar Leuten ein bisschen was geben, damit es ein bisschen was geht. Äh, Owen wollte das haben, ne? Ja, was das hier werden soll, das weiß ich auch noch nicht. Es sind irgendwie nur, äh, es sind irgendwie immer nur Grundsteine. Also Grundformen. Hier, äh. Ja, hier. Oh, und da liegt Stein. Solar-MP baut die ganze Zeit ab und wieder auf. Also, was er baut, weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich bleib mal hier. Es ist irgendwie interessant, hier mal zuzusehen, wie er was aufbaut, um es wieder abzubauen. Ja, stimmt natürlich. Ich glaube, wir verlängern auch die Aufnahme einfach noch ein bisschen. Ich muss zwar jetzt zusehen, dass ich einfach nachher noch zwei Folgen gerendert kriege, aber dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Ähm, wie gesagt, du bleibst wahrscheinlich ein bisschen länger drauf, ne? Ja, ich bleib wahrscheinlich ein bisschen länger drauf. Ich werde nämlich gleich irgendwann aufhören müssen, weil, wie gesagt, wir ja morgen zum Netzwerktreffen fahren. Morgen früh um 6 Uhr, also in 7, in 12 Stunden sind wir schon unterwegs. Und bis dahin muss ich noch die Folgen für Samstag, für Freitag und Samstag fertig machen. Deswegen lassen wir den Server einfach auf. Es läuft ja auch ganz gut, es wird ja gar nicht so viel Scheiße gebaut, würde ich sagen. Ähm. Ja, bis jetzt. Du, wenn du noch da bist, du kannst mir ja dann Bescheid sagen, wenn du gehst, und dann machen wir den Server einfach später zu. Hm? Was hat er denn? Platte, Treppe? Ne, Druckplatte, was ist das denn? Du hast ja hier gebaut. Wenn ich nämlich jetzt rausgehe, komme ich auch nicht wieder rein, ne? Weil dann kommt der Nächste rein und dann ist die Blue List, äh, die White List zwar an, aber das bringt mir ja dann nichts. Ja, das bringt mir ja dann nichts. Äh, wahrscheinlich eher schwierig, dann wieder reinzukommen. Richtig. Ähm. Okay, ja, ansonsten werde ich jetzt einfach rausgehen. Wir haben jetzt zwei Folgen, äh, zwei Folgen auf jeden Fall. Ich habe auch ein paar mehr Folgen, vielleicht drei oder vier. Ich muss aber, wie gesagt, jetzt rendern, das heißt, ich werde mich jetzt erst mal verabschieden. Die Leute bauen noch weiter. Wenn ihr noch gucken wollt, was ja noch so mal rumgekommen ist, könnt ihr auch bei Kira gucken. Er bleibt, wie gesagt, noch ein bisschen auf dem Server. Man schießt sich gerade ein bisschen selber ab. Wie gesagt, ich laufe jetzt, ähm, die ganze Zeit hier mal ein bisschen durch, äh, äh, Gebäude und schaue mir an, was die Leute hier so bauen. Hier sind ein paar Öfen. Bis jetzt leider ziemlich viele Grundplatten nur, also, aber da wird dann hoffentlich noch irgendwas rauskommen. Genau. Du kannst dich ja noch ein bisschen fuckeln lassen. Ich bin, wie gesagt, jetzt erst mal auf. Ich muss rendern und hochladen. Und du bleibst drauf, du zeigst den Rest noch. Ich, äh, würde sagen, wir sehen uns dann in den nächsten Folgen wieder. Ich weiß noch nicht genau, wann es wieder weitergeht. Wahrscheinlich, wenn ihr das hier gesehen habt, haben wir schon aufgenommen. Ich werde es aber halt immer wieder so machen, dass ich kurze Ankündigungen mache. Ähm, und dann sollte das laufen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Feierabend. Danke fürs Zugucken. Weiter geht es noch bei Kira, wenn ihr noch weitergucken wollt. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss.